10 Minuten, Mr. Gates. Hast du die Korrekturen für die Anmoderation bekommen? Ja, es gibt noch ein paar Änderungen. Und wann kriege ich die? Vor der Sendung oder danach? Du weißt auch, wie das geht. Du richtest einfach die Kamera auf dich und wir machen das dann zusammen. Das klingt immer so simpel und doch so bescheuert. Dann toi, toi, toi. Mein Name ist Lee Gates und die Show heißt Money Monster. Wer ist der Typ? Welcher Typ? Wer auf der Zwei? Ohne Risiko, kein Gewinn. Sie lügen! Wir sind zu Ratten! Wir unterbrechen. Halten Sie die Kameras wieder ein! Was denn jetzt? Schalt Sie ein, Party! Wir senden. Jeder, der noch raus kann, verlässt sofort das Studio. Aufheben! Ansehen! Woher weiß ich, dass sie nicht explodiert? Weil ich den Auslöser habe. Wenn ich den Daumen vom Knopf nehme, fliegen wir alle in die Luft. Das gibt einen Feuerball von 30 Meter Durchmesser. Das ganze Gebäude evakuieren. Ich kriege keine Luft. Lee? Bleib ruhig, ich bin bei dir. Ich will, dass alle Leute das wissen. Ich bin vielleicht der Typ mit der Waffe. Aber ich bin nicht der wahre Kriminelle. Das sind Typen wie er hier. Diese Typen stehlen uns alles und kommen auch noch damit durch. Es hat alles manipuliert! Sie kontrollieren die Information. Mein ehrlicher Job bringt mir 14 Dollar die Stunde. Wie kann das fair sein? Wir brauchen Hilfe und zwar sofort! Er soll ihn hinhalten. Denen gefällt das Ergebnis nicht. Also ändern Sie einfach die Gleichung. Red weiter mit ihm. Das machst du gut. Okay, verstehe. Sie haben etwas Geld verloren. Etwas Geld? Gut, eine Menge Geld. Sie haben seine Freundin gefunden. Das war alles, was wir hatten. Unser letztes Geld. Was tust du da? Ich bin nicht der einzige Aktionär, der gelingt wurde. Sie sind der einzige mit einer Waffe. Wenn wir wüssten, wie wir 800 Millionen verloren haben, hätten wir keine 800 Millionen verloren. Er will eine Erklärung, was genau da schiefgelaufen ist. Der Hochfrequenzhandel ist äußerst komplex. Sie sind hier, um Antworten zu bekommen. Und ich kann Ihnen Antworten versagen. Sie müssen verstehen, was für eine heikle Situation das ist. Ich sitze hier 10 Meter neben einer Bombe. Erzählen Sie mir nichts von heiklen Situationen. Wir sitzen in einem Boot. Das ist kein Computerfehler. Hier hatten ganz klar Menschen ihre Finger im Spiel. Oh mein Gott. Los, Lee, raus da. Steh! Sie versuchen, ihn zu erschießen. Ich versuche, ihn zu retten. Ich will eine Erklärung, Lee. Ich will, dass das, was passiert ist, Sinn macht. Tief durchatmen. Lee, hörst du mich? Lass nicht den Knopf los. Ich will nicht, dass Sie sterben. Schießen Sie! Sie sind hergekommen, weil Sie wollten, dass die Leute Ihnen endlich zuhören. Jetzt hören Sie Ihnen zu.